du willst einen knackigen po haben und straffe oberschenkel einen schönen flachen bauch schön durchtrainiert nicht so mit krassen six pack und extremer definition aber du möchtest einfach das ganze sich fest anfühlt ein schöner strammer po dass der schön rund ist einen schönen flachen straffe bauchdecke die oberschenkel schön straff keine cellüite so richtig schön geformt und du befindest dich die ganze zeit auf dem großtrainer oder auf dem ergometer oder stepptrainer und hast diese erwartungshaltung im kopf dann wird schwierig hallo und herzlich willkommen bei andreas triebacher deinem performance coach ja ihr lieben um was geht es geht um eine häufige frage die ich immer wieder gestellt bekomme und zwar das thema andreas ich mache schon so viel sport aber irgendwie mein bauch ist nicht richtig fest da ist immer noch so weich die oberschenkel die kriegen gar keine form die sind immer noch so weich natürlich habe ich abgenommen aber das ist nicht straff das ist nicht fest das fühlt sich nicht gut an aber wenn ich doch schon vier stunden sport in der woche mache ich ernähre mich auch ganz gut dadurch habe ich auch noch abgenommen aber im runden po straffe oberschenkel flacher bauch wird nichts obwohl ich schon vier stunden woche ausdauertraining mache aha jetzt haben wir es jetzt haben wir nämlich das ist das große problem das bei vielen entsteht die sagen wichtig ist ich mache sport wichtig ich muss in ein kaloriendefizit kommen welches mit cardio macht ist es ja super ernährungsverhalten angepasst über das cardio praktiziere ich mein fettstoffwechsel training und mein kaloriendefizit das ist richtig wenn es darum geht gewicht zu reduzieren wenn es darum geht körperfett zu verlieren kann man das so machen nur wenn du als lady im kopf hast das muss sich gut anfühlen das muss straff sein das muss fest sein das muss sich gut anfühlen dann hilft der crostrainer oder der ergometer oder der stepptrainer relativ wenig weil du kannst auf einem crostrainer ergometer stepptrainer oder auch rudergeräte kannst du nicht spezifisch eine muskelgruppe trainieren das geht nicht im laufen ist die po muskulatur minimal belastet denn jeder muskel hat eine sogenannte kontraktion eine range of motion das heißt jeder muskel hat ein bewegensspielraum in dem er einen bewegungsablauf hat so und auf dem großtrainer wird der muskel der po muskel wenig belastet auf dem ergometer wo du drauf sitzt kannst du kein po form auch kein bauch auch auf dem großtrainer ist es nicht möglich bauchdecke zu straffen das funktioniert so nicht das ist die große herausforderung dass viele menschen so agieren und sagen hauptsache ich habe ein kaloriendefizit hauptsache ich mache sport dass der fettstoffwechsel funktioniert kann man machen aber es funktioniert so nicht wenn es darum geht dass du strafe oberschenkel und strampon festen puh ein gut anfühlende bauchdecke haken möchtest dann geht das nicht dann solltest du dir im klaren sein dass das ohne krafttraining nicht geht jetzt kommt das gegen argument aber andreas wenn ich doch krafttraining mache dann kriege ich doch muckis dann kriege ich doch viel zu viel muskulatur ihr lieben ladies erstes mal bei den meisten damen die jetzt normale weibliche hormonstruktur haben die werden nicht einfach so muskelmasse zunehmen das wird nicht funktionieren und dann ist ja auch noch die herausforderung dass man muskelmasse zulegt wenn man vorwiegend hypertrophietraining macht also muskelaufbau und das training oder krafttraining das sind zwei unterschiede auch krafttraining unterscheidet sich vom hypertrophietraining wenn das krafttraining sind ganz andere wiederholungszahlen da über hypertrophietraining krafttraining sind ganz andere pausenzeiten wie beim hypertrophietraining und jetzt wird spannend da gibt es auch noch ein kraftausdauertraining da werden auch muskelfasern belastet aber nicht die schnell zuckenden sondern vorrangig die langsam zuckenden diese können nicht hypertrophieren die weißen muskelfasern das sind die muskelfasern die kraft wird hypertrophieren die können hypertrophieren die werden dicker wenn man das ständig macht dass man da trainiert dann kann schon sein dass die eine oder andere frau je nachdem was für eine hormonstruktur die hat auf arme etwas dickere arme kriegt und mächtigere oberschenkel kriegt da liegt es aber nicht daran dass das krafttraining schuld ist sondern man hat den falschen modus gewählt man hat die falsche trainingsmethode gewählt und dafür bist immer du selbst verantwortlich oder ein trainer genau aus diesem grund ihr lieben ist es wichtig dass wenn ihr interesse habt dass euren körper sich formt dass das gewebe viel straffer wird dass ihr dann mit den handeln trainiert ja am allerbesten mit der freihandel maschine geht auch kann man machen wenn man anfänger ist überhaupt noch kein gefühl hat verkraften kann man mit der maschine einsteigen soll aber dauerhaft umsteigen auch die freihandel weil du dich ja auch als damen im freien raum bewegst der bewegungsablauf draußen der freien natur ist nicht vorgegeben und somit ist immer die höchste effizienz im bereich des freihandeltrainings unter voraussetzung dass es dir jemand richtig gezeigt hat denn jetzt kommt das argument ja aber ich habe schon gehört da kann man sich bitterbös verletzen da kann ich mir schlimmste verletzungen zufügen da lässt sich darüber schreiten bei jeder dynamischen sportart entstehen viel mehr kräfte wie bei kraftsport lässt sich darüber schreiten ja es ist richtig dass die unfallgefahr bei freihandel größe ist aber man verletzt sich nicht einfach nur weil eine freihandel im raum ist sondern weil man es falsch ausgeführt hat und genau aus diesem grund ist es wichtig dass wenn du dich damit beschäftigst mit diesem thema wenn du vor hast hey ich möchte jetzt endlich mal meinen knackigen po haben ich möchte endlich mal schöne straffe oberschenkel haben die müssen nicht spündel wir werden sollen sich gut anfühlen die bauchdecke richtig schön flach sein und sich angenehm anfühlen dieses weiche schwappel zeug sollte weg wenn du das vor hast dann ist es wichtig dass du jemand hast der dir zeigt wie das geht der dir einen trainingsplan macht gegebenenfalls mit dir trainiert dir zeigt man sich richtig ausführt ja und dann natürlich in regelmäßigen zyklen anpasst an deinen leistungs zustand so das ist wichtig davor ist natürlich super wenn der trainer dich auch mal anschaut in eng an den kleidern oder auch in der unterwäsche oder im bikini so mache ich es mit meinen ganzen online coaches die nicht hierher kommen die zu weit weg wohnen also keine erstberatung hier gebucht haben und ihr paket nicht mit dabei haben die kriege ich bilder von denen die wo hierher kommen die sehe ich ja weil sie enge sportleiter anhaben und dann geht man darauf ein und guckt sich mal den mensch an wie sieht der oberschenkel aus sieht der po aus ist der hintere oberschenkel ausgeprägt ist dazu flach wie sehen die vorderen oberschenkel aus innere äußere quadrezept also das sind die drei vorderen muskeln auf dem oberschenkel wie sind die ausgeprägt ist der äußere zu dick der innere zu dünn wie sieht es aus mit der schultermuskulatur mit der hinteren schultermuskulatur ist sie zu schwach ist vorne zu dominant das sind alle sachen die fließen damit ein und dann gibt es ein maßgeschneidendes trainingsplan dazu mit angaben was ist überhaupt kraftausdauerträgen mit angaben welche übungen sollst du tun welche übungen sind wichtig für deine po muster zu dass dein pro genau die form bekommen die du dir schon lange vorgestellt hast damit der bauch genau dieses anfühlen hat was du dir vorstellst welche übungen muss dafür machen wie viel wiederholung muss dafür machen wie lange sollten die pausenzeit wie lange sollte die belastungszeit sein ja alles das gibt es vom profi sonst funktioniert es nicht ansonsten ist es so dass du trainierst 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 und zeit investierst aber unterm strich kommt nichts raus dabei wenn nichts rauskommt dabei dann ist es so dass mindestens 70 prozent aller trainierenden nach einer gewissen zeit sagen weißt du was für was investiere ich überhaupt zeit da rein wenn ich letztendlich überhaupt mein ergebnis nicht erreiche das ist ineffizient und somit wenn wir unser ergebnis nicht erreichen dann sinkt die motivation und wenn die motivation sinkt liebe ladies dann habt ihr aber keinen spaß mehr dann macht er das immer niemand sagt na lass ich es halt sein dann mache ich es eben nicht mehr bringt das sowieso nichts und dann haben wir beziehungsweise du hast eine krasse chance verpasst endlich dahin suchen was du dir vorstellst natürlich brauchen wir kein sixpack zum überleben natürlich brauchen wir keine knackigen runden po zum überleben natürlich brauchen wir keine schöne straffen oberstunde überleben brauchen wir nicht wir können auch darauf verzichten nur wenn du sagst dass es für dich persönlich wichtig ist dann solltest du eine lösung finden wie du damit umgehst wenn du dich wohl fühlst damit was du tust wenn es für dich keine zwangshandlung wenn du einfach spaß dran hast dann brauchst du eine lösung wie das funktioniert und die lösung ist weder der cross trainer noch das fahrrad noch das rudergereit noch der step trainer der ist nicht die lösung dann brauchst du einen spezifischen plan für dich für deine oberschenkel für deinen po und wenn du eh schon ins fitnessstudio gehst oder zu hause trainierst mit tubes und mit bodyworkout dann ist es gut wenn du weißt was du tust denn dann ist die zeit die du investierst besonders wertvoll dann kommt unterm strich das raus was du haben möchtest und für alle anderen die jetzt sagen sowas brauchen wir nicht gebe ich euch völlig recht natürlich brauchen wir das nicht wir brauchen auch kein motorrad wir brauchen auch kein mountainpark für 5000 euro aber wenn es uns spaß macht wenn wir daran spaß haben warum sollen wir uns diesen wunsch nicht erfüllen warum nicht warum sollen wir den wunsch nicht erfüllen es gibt kein grund dagegen wenn wir uns wohlfühlen dabei wenn es uns gut geht dabei dann können wir genau das machen dann machen wir das auch genau und jetzt hast du von mir alle informationen bekommen wie du am besten vor gehst damit du dir deinen wunsch erfüllt damit du deinen schönen knackes popo deine strammen oberschenkel straffen oberschenkel schönes gewählt einen flachen bauch bekommst und wenn du jetzt fragst ist das gesund natürlich ist gesund wenn du es richtig machst ist alles gesund die dosierung macht das gift und auch das ist der arbeit ich übernehme wenn du dann sagst aber ich möchte in der woche mindestens zehn stunden trainieren dann kann ich sagen moment liebe kathrin karin lydia andrea susanne sabine nein wir trainieren keine zehn stunden brauchst du gar nicht wir machen die in die speziellen übungen für dich dann reichen dir deine vier drei oder vier stunden in der woche manchen reichen sogar dreimal 30 45 minuten das kommt darauf an wie effizienter drehen ist so für dich ist es ganz einfach pass auf du erhältst dann von mir alle infos die du brauchst du musst dir nie mehr gedanken darüber machen welche übungen soll ich eigentlich machen wie viel wiederholung soll ich machen wie lange sollen meine pausenzeiten sein welche reihenfolge der übung macht sind welche übungen sind speziell für mich was muss ich für einen bauch trainieren was muss ich für die innenschenkel machen dass es weiche weg geht was muss ich dafür tun dass der po sich entweder weiter nach oben zieht dass der schön rund wird was muss ich dafür tun all diese informationen bekommst du von mir eins zu eins genauso das thema ernährung das natürlich auch wichtig ist genauso das thema wie soll ich auf mein biofeedback achten wann soll ich pause machen wie viel pause soll ich machen all diese informationen bekommst du mir du bekommst von mir die sicherheit du bekommst die sicherheit von über 33 jahren beruflicher tätigkeit du bekommst die sicherheit von über 25.000 erfolgreiche coach und coachees davon waren circa ein jahr 25 prozent auf jeden fall damen und du bekommst die sicherheit auch wenn du online bei mir in beratung bist dass sich schon 8000 menschen rein online ohne besuch bei mir hier beraten habe da musst du nie mehr darüber nachdenken muss überlegen dein ganzer kopf ist frei du musst nie mehr ständig darüber nachdenken aber warum funktioniert sich warum um himmels willen funktioniert es bei mir nicht die ganzen anderen mädels haben es geschafft ich schaffe es nicht diese gedanken musst du nie mehr führen dein kopf ist frei du kommst du um andere sachen kümmern weißt du wie schön das ist wenn man eine lösung hat wenn man den weg kennt wenn man nicht ständig auf dem umweg ist nie ankommt wie gut sich das anfühlt wenn der kopf reißt du dich nur noch um die sachen kümmern wirst die für dich wichtig sind die anderen sachen gibst du ab bist du safe du kannst deinen tag genießen du kannst deine woche genießen denn du denkst nicht mehr darüber nach was du tun musst du tust es einfach weil du weißt wie es geht ernährung training natürlich kommt auch das thema schlaf zum zuge wenn du wenig schläfst werde ich dir dabei helfen dass du mehr schlafen kannst wenn du unruhig bist dadurch den fokus zwischendurch verlierst ich dir helfen den fokus zu finden warum warum kann ich das weil ich weiß es geht weil schon ganz viele menschen bei mir zu diesem thema waren ist erfolgreich dabei beraten habe das ist alles so jetzt hast du den wunsch und sagst andreas wie komme ich an dich ran das ist relativ einfach unten in den show notes findest du meine page und zwar andreas-trienbacher.com und da gehst du rein und vereinbarst deinen unverbindlichen erst beratungstermin da geht 20 minuten bei einem mitarbeiter von mir der erklärt erstmal ab was hast du vor wo willst du hin was ist dein wunsch und wenn dein wunsch zum paket von uns zusammenpasst dann haben wir ein match wenn wir ein match haben dann macht dann mein mitarbeiter einen termin mit mir aus dann hast du in kürze deine 60 minuten erst beratungsgespräch kostenfrei mit mir und ich kann dir dann ganz genau erklären die strategie beim vorgehen welche art von training wirst du in zukunft machen auf was hast du zu achten welche übungen wirst du machen wie wirst du dich ernähren all diese dinge bekommst du dann von mir eins zu eins erklärt so jetzt bist du dran einmal eintragen und wir sehen uns in kürze bis dahin wünsche ich dir bei allem was du tust ganz viel erfolg ganz viel spaß und gesundheit wünsche dir bis bald dein performance coach andreas bei uns wie 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 wie